Musik Tschüss, ich bin da jetzt mal weg. Viel Spaß. Wo gehst du denn hin, Mama? Ich treffe mich mit meiner Freundin. Wir machen heute einen Mädels-Wellness-Tag mit Massage und so. Was? So was Tolles macht ihr? Ja, man muss sich auch mal verwöhnen lassen. Ich möchte so was auch machen. Kann ich mitkommen? Das ist leider nichts für Kinder, nur für Erwachsene. Na toll, Erwachsene dürfen immer so viele tolle Sachen machen und Kinder nicht. Wir Hunde auch nicht. Ich würde so weit was auch gerne mal machen. Sei nicht traurig. Nein, bin ich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Ich gehe hoch, Papa. Was? Ich dachte, wir gucken zusammen eine Dokumentation über das Tierreich. Vielleicht ein anderes Mal. Ich habe dir jetzt so etwas anderes vor. Okay. Guckst du wenigstens mit mir, Bello? Ja. Na klar. Auf dich ist immer Verlass, Bello. Was wollen wir gucken? Was über Tiger oder Zebras oder doch liebe Alligatoren? Ja. Na, Alligatoren natürlich. So was, was Erwachsene können, können wir Kinder ja wohl auch. Jetzt muss ich nur noch Anna überreden. Hey Anna, hast du Lust, dass wir bei Ihnen etwas richtig Schönes machen? Ähm, und was? Lass uns einen Wellness-Tag machen. Hä? Ja, mit Gesichtsmaske und Dampfband und Massage und so. Wie kommst du denn auf sowas? Mama hat mich auf die Idee gebracht, weil sie das mit ihrer Freundin macht. Ich möchte das auch. Los, komm schon. Hm, okay, warum nicht? Klingt gar nicht mal so schlecht. Cool, du bist die beste Schwester der Welt. Ich hole dir schon mal alle Sachen. Zehn Minuten später. Willkommen in unserem Spa-Bereich. Wow, Greta, das ist ja gemütlich. Schön, dass es dir gefällt. Voll schön, das hast du echt gut gemacht. Danke. Also erstmal machen wir ein Dampfbad, damit unsere Hautporen sich öffnen. Unsere was? Hautporen, Anna. Hast du davon etwa noch nie was gehört? Nee. Na, dann ist ja gut, dass du mich hast. Och, ist das schön. Ja, das ist so entspannt. Und es riecht so gut. Ja, finde ich auch. Und jetzt kommen noch Gurken auf die Augen. Ich habe schon alles vorbereitet. Wofür sind die Gurken gut? Gegen Augenringe. Aha, aber ich habe doch gar keine Augenringe. Ja, damit auch nie welche kommen. Das ist doch logisch. Ach so. Oh, das fühlt sich gut an. Huch, was ist denn hier los? Wer sind denn diese Monster hier? Bello, wir sind es doch nur. Beruhige dich bitte. Ach so. Ich habe mich verjagt. Ich dachte, es wären Aliens aus dem Weltall zu uns gekommen. Was macht ihr hier so? Eine halbe Stunde später. Und was machen wir jetzt? Jetzt gibt es erstmal eine Hautmaske und wir ruhen uns ein bisschen aus. Jetzt sind es aber wirklich Aliens. Zumindest sehen die immer so im Fernsehen aus. Bello, wir sind es doch nur. Beruhig dich. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, was hier vorgeht. Als nächstes gibt es eine Massage. Echt? Cool. Und wer massiert uns? Das wäre schön, wenn jemand kommt. Aber nein, ich massiere dich und du massierst mich. Ach so. Dafür müssen wir ins Schlafzimmer von Mama und Papa. Okay, ich wäre dann bereit. Ja, es geht gleich los. Ob Mama hier Massageöl hat? Das sieht nach einem Öl aus. Das nehme ich. Und wie fühlt sich das an? Sehr entspannt und sehr angenehm. Du machst das echt gut, Greta. Danke. Fertig. Jetzt bist du dran. Und wann bin ich mal dran? Bello, was ist los? Willst du etwa auch eine Massage? Das geht doch mit deinem Fell nicht. Och Mann. Okay, dann mach dich mal bereit für die beste Massage deines Lebens. Hihi, meinst du? Aber Logo. Oh, das riecht aber gut. Ups. Oh nein, Bello. Oh, jetzt ist die Flasche umgekippt. Ich muss es schnell aufwischen. Warte kurz. Oh, ich mach mich mal lieber vom Acker. So, fertig. Das ging viel zu schnell. Fertig. Und was machen wir jetzt? Jetzt schminken wir uns. Oh ja, aber wenn das Mama erfährt, dann gibt es Ärger. Erfährt sie ja nicht. Sie ist ja nicht da. Und was ist mit mir? Na, Bello, du willst wohl auch mitmachen bei unserem Wellness-Tag. Na, klar. Dann komm. Dann frisieren wir dich als erstes, bevor wir uns schminken. Mit Mamas Bürste? Ja klar, das wird schon nicht so schlimm sein. Oh, wie schön. Ich liebe das, wenn man mich bürstet. Na, magst du das? Was? Oh ja, und wie? Zuerst Mascara. So, und jetzt Lippenstift. Fertig. Und wie sehe ich aus? Wunderschön. Jetzt du. Ich möchte nur den Lippenstift. Okay. Fertig. Steht dir echt gut. Am Abend. Oh, Mama kommt wieder. Hallo, Mama. Hallo, Greta. Oh, du duftest aber gut. Ja, Anna und ich haben heute auch einen Wellness-Tag, weißt du? Wirklich? Aber der Duft kommt mir sehr bekannt vor. Hm, keine Ahnung. Schön, dass ihr euch beschäftigt habt. Und wie war es bei dir? Sehr schön. Das könnte ich wirklich öfters machen. Vor dem Schlafen gehen. Jetzt noch schnell mein Serum auftragen und ab ins Bett. Na nun, was ist denn mit meinem Serum los? Es kommt ja gar nichts mehr raus. Oh, es ist leer. Wie kann es denn schon leer sein? Ich habe es doch erst gekauft und es war doch so teuer. Und warum sind hier Hundehaare in meiner Bürste? Kinder? Ja? Habt ihr zufällig mein Serum genommen? Ähm, ja, wir dachten es wäre ein Massageöl und haben uns damit gegenseitig massiert. Und dann ist mir die Flasche noch umgekippt. Oh nein. Diese kleine Flasche hat ein Vermögen gekostet und jetzt ist sie einfach leer. Es tut uns wirklich leid, Mama. Ja, schon gut. Und was habt ihr mit meiner Bürste gemacht? Ähm, damit habe ich Bello gebürstet. Ach so. Für was war denn das Serum? Das ist gegen Falten. Ach Mami, sowas brauchst du doch gar nicht. Du bist doch auch so wunderschön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Tschüss.